Was ich würde hier jetzt gerne tragen, das Problem ist nur, dass ich wahrscheinlich gleich gekillt werde, wenn ich das tue. Lady, gib mir mal einen kurzen Moment. Bin gleich wieder da. Kann weiter gehen. Ich wollte nur dafür sorgen, dass wir nicht gleich wieder mit Waffen gejagt werden. So auf den Feuerhaufen, ja? Ihr seid wenigstens kein Unmensch, wie die meisten hier. Alle, die immun sind, sind bereits geflohen. Feiglinge. Und wer bist du? Jamie Carley. Macht weiter mit dem, was ihr hier tut. Sonst tut es keiner. Wenn wir beide uns darum kümmern, kriegen wir diese Epidemie vielleicht in den Griff. Ich tue, was ich kann. Ich werde jetzt diesen Ärzten helfen. Kommt zu mir, wenn ihr meint, dass ihr fertig seid. Vielleicht fällt uns noch was ein. Okay. Du bleibst jetzt da liegen, ja? Warte mal hier. Warum kommt ihr denn zu mir? Ihr habt noch nichts gegen diese Seuche unternommen. Mit dir redet doch gar keiner. Ich will nur, dass die Frau hier schön warm hat. Geht also nicht. Schade. Schade. Was zum, was ist denn hier los? Ja, du willst nur Aufmerksamkeit, ne? Du willst jetzt nicht bellen, um zu bellen. Du willst nur Aufmerksamkeit. Okay. Braves Hundi. Hier mag nur jemand keine Tiere. Ernsthaft, Lady. Ernsthaft. Okay. Wohin wandere ich denn als nächstes hin? Hier ist eine Truhe. Aber das wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn ich erstmal die Dinger aufsetze. Also zu dem Aussichtspunkt. Und dann wahrscheinlich hier oben lang. Hier oben lang. Bis nach da unten hin. Ach, sieh mal eine an. Hier ist ja auch noch der eine Typ. Nehme ich mal an. Das wird ein lustiger Tag noch. Nein, ich gehe erst zum Aussichtspunkt, bevor ich irgendeine Seuche bekämpfe. Da kann der Arzt so viel schreien, wie er will. Ich meine, ja, Prioritäten und so. Aber dass hier eh nur ein Abspulen von Erinnerungen ist. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Du darfst echt gar nichts mehr machen hier. Du bist in so einem kleinen Krisengebiet, wo ein paar Kranke rumliegen. Er schießt ihn! Alter, du hättest einfach drunter durchgekont. Ich kam aus dem Krankheitsgebiet. Sie sollen aufpassen, dass niemand hineingeht. Gut, vielleicht hätten sie mich verinfiziert. Dann wäre es vielleicht angebracht, auf mich zu schießen, wenn ich da raus will. Aber sehe ich todkrank aus? Ich glaube nicht. Es fehlt nur noch, dass der mich anflammt, weil ich zufällig auf den Baum gelatscht bin. Okay. Will ich wissen, was hier los ist? Was ist denn hier los? Haben sie dich geschickt? Wo warst du denn? Egal. Ich weiß, wer die Verräter sind. Sie haben Listen mit den Anführern der Patrioten. Wenn sie sie den Rotrücken übergeben, ist die Rebellion in diesem Teil der Stadt erledigt. Du musst sie irgendwie durch diese Fälschungen ersetzen. Was habt ihr nicht alle beisammen? Mein Herr, wir sind euch wieder, ja? Hey, was fällt euch ein? Was habt ihr nicht alle beisammen? Patrioten, verfolgen mich! Hä? Hey, was fällt euch ein? Mein Herr, wir sind euch wieder, ja? Hä? Hä? Was war denn jetzt los? Hätte ich ihm bestehen sollen, damit ich ihm was gebe, oder wie? So, wer lüncht denn mich, wenn ich jetzt hier irgendwo lang gehe? Du willst nicht bellen, du bist sonst tot. Na dann, ganz in Ruhe. Ich glaube, er steckt gerade ein bisschen falsch. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, okay. Puh. Planer halten, Schwerter, Offiziersschwerter. Gebürgeltes Wappen, Pietfleisch, Haarschmuck. Sterienmedizin, Feuerwaffen. Piste ist das schon wieder? Schiffstau. Bandagen. Ja, wenn ich Bandagen wenigstens auch benutzen könnte. Hm. Doch, es glaube ich ganz gut, dass wir jetzt mal ein paar Pläne holen uns, weil... Vielleicht kann ich mir ein paar Messer zusammenbauen. Irgendwelche krasseren Waffen oder so, weiß ich ja selber jetzt gerade nicht. Vermutlich nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Ja, look safe. Da ist die Story. Hier ist irgend so eine Befreiung. Ist das die gleiche Befreiungsmission wie eben? Wahrscheinlich. Mach ich erst nach den Aussichtspunkten. Tut mir leid. Ne, mach ich erst nach den Aussichtspunkten. Ich will jetzt erstmal was sehen in der Stadt, bevor ich mich wieder durch die Gegend jagen lasse. Weil ich jemandem geholfen habe. Das ist... Ich meine, ja, vielleicht könnte ich die Stadt leichter durchqueren, wenn ich den Leuten helfe. Aber ich weiß halt gerade nicht, wo ich anfangen soll, weil so viel auf einmal zu tun ist. Aber ich glaube, es wäre sehr, sehr ratsam, das mal zu machen, weil... Diese Männer wurden des Hochverrats für schuldig befunden. Auf geht's. Wir haben schon... Ich bin ein Kunstgericht. Ich bin ein Kunstgericht. Ich bin ein... Ich bin ein Kunstgericht. früher. Früher war das anstrengend. Heute geht das so. Sie bewachen die Kirche. Das sehe ich ein. Was ich nicht einsehe, ist, dass ich dann wahrscheinlich wieder nicht raufklettern darf. Mache ich trotzdem. Zum Glück fehlt es hier denn doch dem Spiel ein bisschen an Realismus, weil sonst würde ich mich hier gerade extrem auf die Fresse packen. So glatt wie das alles sein muss durch den Regen. Das gewidmet ja ganz schön oft in New York, kann das sein? Hier sollte Frankenstein herziehen. Epic! Wachen die beiden da die Truhe? Ne. Das ist gerade ein bisschen respektlos, was du gerade machst, Connor. Aber das weißt du wahrscheinlich nicht, weil du begrebst deine Toten anders. Oder gar nicht. Keine Ahnung. Wie ist denn das in der Kultur? Feuerbestattung? Seebestattung? Einfach nur den Tieren übergeben? Wahrscheinlich das weniger, weil das ist ziemlich respektlos, aber weiß ich ja nicht. Geh ich halt. Geh ich halt hier nicht. sowieso wieder zur Printerei hinter. Komm schon, komm schon, komm schon, bevor die scheiß Trommelbregane hier langkommt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Zwischen Tassenpistole und das war's? Na, okay. Vor allem sind alles nur Pläne, ne? Ist ja jetzt noch nicht so, als hätte ich das Zeug schon. Ich könnte es theoretisch irgendwie herstellen. Glaube ich. Der denkt immer, er kriegt mich, der Dieb. Vielleicht hätte ich ihn doch umbringen sollen. Mal gucken, ob ich durch... Ich will nur mal sehen, ob ich durchs Erhalten der Pläne zufällig auch andere Waffen kaufen kann. Ich glaube aber nicht. Uh, leichter Kavaliersäbel. Hatte ich den eben auch schon? Ja, hab ich schon. Schaden, Geschwindigkeit. Was hab ich denn gerade? Ausgerüstet. Das Ding hier. Sollen da keine Gerüchte umgehen, dass ich gegen Hunde gemein bin, ne? Hat der gerade angefangen, mich anzuknurren? Hat er, oder? So, wie sieht denn das gerade aus mit den Befreiungsmissionen? So, drei Bezirke. Hier bin ich, glaube ich, jetzt durch mit denen. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Aber danach. Ja, danach. Ist das wieder so ein Baum? Ich setze mir mal zum Ziel, heute vor Ende der Aufnahmen noch ein, so ein Bezirk zu befreien. Frage ist, ob das was wird, aber erstmal hab ich es mir zum Ziel genommen. Muss ich denn hin? Ich sehe keine Türme, kein gar nichts. Ich werde trotzdem wieder gleich angegriffen, sobald ich in die Nähe vonkomme, aber... Okay, jetzt sieht mich gerade keiner. Da ist schon wieder eine Truhe, die ich haben will. Verdammt. Okay, hier ist keine Wache drauf. Das tun die auch immer gerne, dass sie hier noch einen draufstellen, der ihn dann nonchalant erwischt. Das ist Regen, wobei die Sonne scheint. Das ist... Ein gutes Zeichen dafür, dass es gleich aufhört. An denjenigen, der diese Pose entwickelt hat, hättest du nicht wenigstens beim Kopf anfangen können? Musst du immer auf die Brust halten, da wo halt nichts zu sehen ist. Das wäre für Dings, wie heißen die Teile? Für Screenshots wäre das eindeutig besser, wenn es anders wäre. Also wenn ich Spaß haben will... Dann mache ich das so, wenn ich Spaß haben will. Mal gucken, ob ich das überlebe. Was? Zu welchem Ziel? Zu welchem Ziel? Zu welchem Ziel? Zu dem Ziel? Verstehe. Natürlich ist der Rekrut verletzt. Wäre auch so schön gewesen, wenn nicht. Du bist mein Ziel, ich sehe schon. Wieso währenddessen? Eigentlich wollte ich nur an die Truhe. Naja, nicht nur. Aber es bot sich gerade so gut an. Er hat so ein bisschen gezogen gerade. Da ist er. Komm, 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 komm. Viele Pläne, viele Pläne, viele Pläne. Das Ding war viel zu gut bewacht, um da nur irgendwelchen Scheiß drin zu haben. Gib mir Pläne! Ah, toll, Gold. Wow. Ich bin begeistert, Sir. So, die hier vorne sind schon alle, die spawnen, sind sie. Da kann ich ja direkt durchrennen zur... Dingserei. Druckerei da hinten. Zum Schluss, Herr will es schon.